Einfach schwimmen, einfach schwimmen, einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Was machen wir? Wir schwimmen, schwimmen. Sorry, nicht singen. Ha, 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 ich liebe schwimmen, denn wenn du schwimmst, dann ist die Wind. Das ist mein Bruder Mike. Er ist 16 Jahre alt. Er steht um 5.26 Uhr jeder Morgen auf. Er bringt seinen Bedensug, Bedenmütze, Schwemmbrille und ein Handtuch. Um 6.00 Uhr fährt er nach Hallenbar. Ein Hallenbar hat sechs oder acht Bahn. Mike Friestil schwimmt. Brukenschwimmt. 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 Und Delfen schwimmt. Und Delfen schwimmt. Er schwimmt. Nur ein Rettungsschwimmer ist da. Hier sind Mikes Freunde. Hier ist Sam. Er Fischstil schwimmt. Hier ist Thomas. Er Rücken schwimmt. Und hier ist Dakota. Er Delfen schwimmt. Mike Brust schwimmt. Mike Brust schwimmt. Sie sind eine Staffel. Als All-Dout-Fanning heben sie Gewichte und machen Liegestützen. Heute ist der Wettbewerb. Vor dem Wettbewerb. Die Schwimmer dehnen. Und schwimmen. Sie aufspringen auf das Sprungwert. Sie wollten für die 4 mal 50 Meter Lagen. Sie sehen andere Schwimmer und Schwimmerinnen. Jetzt schwimmen sie. Thomas beginnt in Bahnwehr. Er Rücken schwimmt schnell. Am zweiten sprang Mike. Und er Rücken schwimmt. Und er durch schwimmt. Am zweiten springt der Kora und der Delfen schwimmt. Er schwimmt schneller als der Schwimmer in Bahn 3. Am zweiten springt der Kora. Am zweiten springt der Kora. Sie schwimmt. Magchs schnell Sam. Sie sind schnell. Morgen schwimmen sie noch einmal. Sie sind sehr fröhlich. Untertitelung des ZDF, 2020